Florian Silbereisen und Ben Zucker sind nicht nur Kollegen, sondern auch gute Freunde. Dies wird nun mit einem Freundschaftsbeweis seitens Bens deutlich. Florian Silbereisen. Ben Zucker widmet ihrer Freundschaft einen Song. In der Entertainment-Branche werden Freundschaften oft vor der Kamera inszeniert. Doch diese besondere Verbindung ist echt. Florian Silbereisen, 42, und Ben Zucker, 40, sind dicke Kumpels. Die beiden Schlager-Stars haben sich durch die Branche vor einigen Jahren kennengelernt und waren sofort auf einer Wellenlänge. Florian war es auch, der Ben immer wieder insbesondere am Anfang dessen Karriere in seine TV-Shows eingeladen hat. Einige Fans hat der Mann mit der rauchigen Stimme also durch den feste Show-Moderator gewonnen. Wie dankbar Zucker seinem Freund für die jahrelange Unterstützung und Freundschaft ist, will er nun mit einem Song beweisen. Der 40-Jährige schrieb den Titel Schön, dass es dich gibt. Und widmet jenen dem Ex von Helene Fischer. Wie Schlagerprofis.de berichtete, wird angenommen, dass Ben den rührenden Song bei Florian Silbereisens Schlagerüberraschung am 16. März im Fernsehen performen wird. Florian Silbereisen, Ben Zucker. Eine enge Freundschaft. Es ist zu erwarten, dass Florian Silbereisen sichtlich gerührt sein wird, wenn sein Schlager-Kollege und Freund Ben Zucker auf seiner großen Schlagerüberraschung einen eigenen Song für ihn performt. Eine Geste, die beweist, wie besonders ihre Freundschaft ist. Genau über jene hat Ben auch kürzlich im explosiven Interview mit okmark.de gesprochen. So erklärte er, dass er neben Florian auch zu Giovanni Zarella ein gutes Verhältnis hat und die Männer sich regelmäßig, wenn es ihre Terminkalender erlauben, treffen. Wir schreiben uns, hey, bist du gerade auch in der Stadt? Dann lass uns sehen. Und dann gucken wir zusammen Fußball oder gehen essen oder hängen einfach nur ab. Und noch eine weitere spannende Sache verriet Ben in dem Interview, so haben er und Silbereisen sogar schon einmal darüber nachgedacht, ein Duett aufzunehmen. Mit Flo habe ich da tatsächlich schon öfter darüber philosophiert. Wir sind gespannt, ob aus den Hirngespinstern irgendwann ernst wird. nicht so oft. Untertitelung des ZDF, 2020